Auch von meiner Seite noch mal ein wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ulrich Heinzel. Ich wurde ja anfänglich schon mit einem unglücklichen Bild vorgestellt. Ich freue mich heute, Ihnen Teamcenter 14.1 und zwar die Neuerung vorzustellen und zwar das in Verbindung mit dem Active Workspace. Jeder, der mit Teamcenter arbeitet oder mit Siemens zusammenarbeitet, weiß ja, dass die Kollegen quasi zwei meiner Releases im Jahr auf den Markt bringen. Das ist das sogenannte Spring Frühlings Release und ein Herbst Release, wobei die Kollegen in letzter Zeit von Siemens den Begriff Frühling und Herbst äußerst maximal auslegen. Wir haben also das jetzt diskutierte Release vor der Sommerpause im Juni bekommen und wahrscheinlich werden wir kurz vor Weihnachten dann auch das Herbst Release sehen. Genau. Was ist der Inhalt dieses Releases? Sie haben es dann kurz in der Agenda gesehen. Es ist sehr stücklistenlastig geworden. Teamcenter war schon immer ein Werkzeug, was sehr gut mit Produktstrukturen umgehen konnte, aber viele Branchenspezifika, wenn es um Produktkonfiguration ging, wenn es bei großen Anlagen oder Gewerken, dass man die Struktur auch nochmal anders strukturiert, wie es eigentlich die Stückliste vorgeht. All diese Dinge haben gefehlt. Da wurden in den letzten Releases schon eine ganze Menge nachgeliefert und mit dem Version 14.1 hat man das vorgesetzt, dass dort wirklich Funktionen reinkommen, die das Leben mit dem, sag ich mal, mit dem Umgang von Strukturen leichter machen. Deshalb werden Sie heute eine ganze Menge sehen, was das Thema Stücklistenmanagement, also Bill of Materials Management betrachtet. Es sind viele Features und Functions, die ich mit Videos unterlege. Sie werden da sicherlich die ein oder andere Funktion entdecken, die bei Ihnen auch helfen kann. Wie ich finde, wieder ein Release, was wirklich seinen Mehrwert bietet und wo man nicht nur an der Oberfläche geschraubt hat. Genau. Lassen Sie uns beginnen. Die erste Neuerung, die man so vorstellen kann im Stücklistenmanagement, ist es, wenn es darum geht, wenn ich mit einem Produktkonfigurator arbeite oder Produktkonfiguration habe, dass ich Aktualisierungen durchbringe. Das kennen Sie selber. Sie haben eine 150-Prozent-Stückliste und dort haben Sie, sag ich mal, Dinge aktualisiert. Und die davon abgeleiteten Lösungsvarianten, die realen Produkte, die Sie dann auch verkaufen, diese Lösungsvarianten zu aktualisieren bei einer Änderung der 150-Prozent-Stückliste, das war schon mal eine sehr zeitaufreibende Tätigkeit. Und da, wie gesagt, hat man reingefasst und hat da Dinge verbessert, dass dort zum Beispiel automatisch, sag ich mal, Änderungen von der Quellstückliste oder von der Quellstruktur in die jeweiligen Lösungsvarianten runtergehen. Das wollen wir uns mal anschauen. Das heißt, wieso sieht so eine Lösungsvariante aus? Ich mache mal hier kurz Stopp, damit Sie wissen, was Sie hier eigentlich sehen. Wenn Sie noch nicht mit dem Active Workspace gearbeitet haben oder nur wenig, dann sehen Sie hier eine Produktstruktur innerhalb des Active Workspace. Wenn Sie jetzt so ein bisschen auf die Icons achten, dann werden Sie sehen, dass diese Struktur hier auch schon mit Partitions arbeitet. Das ist eine Funktualität, die kam im letzten oder vorletzten Release mit rein, wo ich eine beliebige Struktur, gern gemacht in großen Strukturen, wo ich die beliebig entweder nach Modulen oder aber nach Gewerken, wo ich dann sage, also das ist zum Beispiel Hydraulik, das andere ist Schwarzwasser, Grauwasser, Frischwasser, dass ich solche Strukturen nochmal umstrukturieren kann, um die Arbeit in großen Strukturen zu erleichtern. Das sind diese Partitions hier oben. Ansonsten haben Sie immer den Unterschied zwischen einem Fixed Assembly und einem Configure Wheelbahn Assembly, wenn Sie mit dem Center arbeiten. Und Sie sehen das auch hier mit diesem V. Jeder, der Variantenmanagement auf dem Ridge Client gemacht hat, kennt das. Dieses V sagt einfach nur, dass das eine variable Komponente ist, die je nach Ausprägung der Variante, sage ich mal, ausgeprägt werden kann. Genau, das nur so. Schauen wir uns weiter rein, was das Video uns so zeigt. Wenn ich jetzt hier mal die Ansicht wechsel, dass ich auch die entsprechenden Änderungen sehe, dann sehe ich, dass meine Struktur hier diese Kaffeemaschine bereits ausgeprägte Solution Varianten hat. Das ist üblich. Ich habe eine 150-Prozent-Stückliste, habe davon meine Varianten abgeleitet, die ich entsprechend extra verwalten kann. Und hier gilt es jetzt, wenn ich eine Änderung hier an dieser Maschine vornehme, die auch gerade gemacht wird. Also auch die Unterbaugruppen haben Solution Varianten. Das muss man dazu sagen. Das ist also nicht eine einstufige Struktur, sondern diese konfigurierbaren Essentials haben wieder ihre Lösungsvarianten. Gleichzeitig ist damit auch eine Design-Struktur, das heißt eine CAD-Struktur, verknüpft. Und diese CAD-Struktur wird über das Cut-Part-Alignment miteinander verknüpft. Und hier ist auch, sage ich mal, aktualisiert. Der Kollege legt hier eine Änderung an, um, sage ich mal, für diese Struktur dann innerhalb dieser Änderung vorzunehmen. Vor zwei Releases, ich glaube, das war die zwölf, kamen diese Änderungen in Kontext mit nach Teamcenter rein, wo ich jetzt auch, wenn ich als Anwender in der Änderung bin und meine Änderungen durchführe, mir die quasi einstelle als Session-Änderung. Und wenn ich dann diese Änderung durchführe oder alle Änderungen, die ich dann in meiner Teamcenter-Session mache, werden diese Änderungen hinzugefügt. So, er ist jetzt gleich fertig, Änderungen sehen wir uns später an, was ich da geändert habe. Aber klassisch, ich habe meine Impacted-Items, ich habe meine Problem-Items, da alle hinzugefügt, genau. Und die Solution-Items natürlich auch, das heißt die Elemente, die aus der Änderung hervorgehen. Hier geht er jetzt her und tauscht in der Struktur quasi dieses Teil aus, und zwar gegen eins mit Sensor. Sie sehen auch, dass in diesem Änderungs-View auch immer gleich die Änderungen, die Sie gemacht haben, validiert wird. Das heißt, es wird gezeigt, dass sich da jetzt die Nummern ändern und so weiter. Das ist diese Rot-Grün-Vergleich, die wir da sehen. Und hier ist es so, dass wie gesagt, das natürlich auch in den entsprechenden Änderungsobjekten mitgezogen wird, was sich da wirklich geändert hat, halt gegen neu. Okay, das sehen wir uns aber nachher nochmal an. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, die Änderungen, die ich auf Basis meiner Designstruktur habe, auch in meine entsprechenden, sage ich mal, E-Bombs zu übernehmen. Und das ist jetzt genau das, was, und wenn diese dann wieder konfigurierbar ist und dann auch gleichzeitig noch in die Bereiche hineingeht, also in die Unterbaugruppen reingeht mit den abgeleiteten Solution-Varianten, dann habe ich die Möglichkeit, das genau zu automatisieren und auch zu validieren im Kontext meiner Änderung. Also hier sehe ich genau, was hat sich alles geändert, auch über die unterschiedlichen Lösungsvarianten hinweg, dass ich dort wirklich sagen kann, wie würde sich das entsprechend auswirken. Das heißt, wenn wir da weitergehen, auf diesen Punkt kann ich genau steuern, wie ich meine Änderung aus einer Design, also CAD-Struktur, in meine 150%-Struktur übernehme, über das Cut-Part-Anignment, um dieses dann in, sage ich mal, meine Lösungsvarianten auch mehrstufig zu aktualisieren, ohne dass ich die Übersicht verliere. Das ist, wie gesagt, diese Vorgehensweise, die jetzt mit der 14.1 und dem Active Workspace 6.1 entsprechend übernommen wurde und das Ganze, wie gesagt, zeige ich später auch nochmal im Video, das Ganze dann auch unterstützt durch die Benutzeroberfläche. Bei dieser Aktualisierung werden mitunter dann auch, sage ich mal, neue Objekte erzeugt, wenn ich zum Beispiel ein neues CAD-Element habe und überhaupt eine neue Lösungsvariante generieren möchte, dann kann ich auch inzwischen jetzt über einfache Konfigurationen festlegen, wie diese Elemente benannt werden. Dahinter steht eine Voreinstellung und dort kann ich dann auch sagen, aus welchen Properties, aus welchen Eigenschaften ich dann quasi meine ID oder Namen generiere, damit ich eine eindeutige Benennung meiner Lösungsvarianten habe. Genau, das Ganze, wie gesagt, wird konfiguriert über die Voreinstellung Preferences. Ich habe die Möglichkeiten außerdem über die Deep Copy Rules festzulegen, dann welche dieser Eigenschaften wie dort verwendet werden und ich habe außerdem jetzt neu, wenn ich das dann ein bisschen noch automatisieren möchte, sogenannte User Exits, die ich verwenden kann, um dort Preconditions zu prüfen oder Aktionen vor dieser Ableitung einzuleiten und so weiter. Das heißt, da werden wir aber dann im Bereich customisen. Das heißt, auch dort in dem Bereich hat man einiges getan. Genau, gehen wir, wie gesagt, noch ein zweiter in das Stücklisten Management. Hier geht es darum, jetzt immer mehr oder das ist ein Trend, den man im Teamcenter sieht, das ist diese Separierung der CAD-Struktur von der eigentlichen Teilstruktur. Warum macht man das? Da geht es darum, um solche Verfahren wie graues Design, das heißt farbunabhängige Konstruktion, aber Ausbringung als Materialstamm. Also viele solcher Verfahren sind dort implementiert, wo es durchaus Sinn macht, die CAD-Struktur von der jeweiligen Teilstruktur zu trennen. Anders, wie man früher Teamcenter implementiert hat, mit so einem Single-Item-Konzept geht man heute her und separiert die CAD-Struktur von der Teilstruktur. Das bringt ein paar Herausforderungen mit sich, vor allen Dingen, wenn man noch die Visualisierung im Hinterkopf hat. Dort hat Siemens in den letzten Releases eine ganze Menge gemacht, um das Ganze zu automatisieren und für den Anwender auch benutzbar zu machen. Also ich muss nicht mehr jedes Element händisch verlinken, wie es früher einmal war und das in der Oberfläche, die nur Experten zugänglich war, sondern heute geht das teilautomatisiert, vollautomatisiert in der Oberfläche. Und dieses Update-Verhalten, das ist etwas, wo man jetzt auch in diesem Release gearbeitet hat, wie man neue Bauteile generieren kann, welche Automatismen man dort machen kann. Und wie gesagt, auch hier, wie man diese Strukturen updaten kann. Und in diesem Bereich tauchen wir jetzt mal ein bisschen ein. Genau. Automatisierung von, sage ich mal, der Erstellung jeweils der anderen Struktur. Das heißt, ich stehe auf der Design-Struktur und ich leite meine Part-Struktur ab. Genauso gut geht es aber auch so, ich stehe auf meiner Part-Revision und leite meine Design-Struktur ab. Wenn ich mir das mal im System anschaue und ich habe jetzt hier, sage ich mal, meine Design-Struktur, dann kann ich dort einfach einen Knopf drücken. Gehen wir mal her. Ich drücke kurz Stopp des Videos, damit wir uns das angucken können. Dieses Fenster sagt mir jetzt bloß, dass wenn ich eine neue Teilstruktur habe, dann kann ich auch noch auswählen, ob das Ganze im Kontext einer Änderung passieren soll. Das heißt, ob ich dieses tracken möchte, dass das im Kontext einer Änderung passiert. Da ist Siemens sehr stolz drauf auf diese Funktion. Das werden wir jetzt in den Videos noch öfter sehen. Die ist auch ganz toll, wenn man ein umfassendes Änderungsmanagement in seinen Prozessen hinterlegt hat. Wenn Sie das nicht haben, sondern Sie noch ein sehr, sage ich mal, einfaches Änderungsmanagement haben, was auf einer Änderungsnotiz passiert, dann brauchen Sie das nicht alles implementieren. Die Funktionen gibt es auch ohne diese Änderung im Kontext. Sie ist aber deutlich schicker und durchgängiger, wenn man diese Änderung im Kontext hat. Das wählt er jetzt aus. Und dann wird automatisch im Hintergrund die entsprechende, sage ich mal, Struktur erzeugt. Die wird auch entsprechend angehängt. Das sehen Sie auch, sage ich mal, hier unten. In dieser Anzeige sehen Sie die entsprechenden Parts, die von dieser Struktur jetzt allein sind. Das ist jetzt am Anfang. Und Sie sehen hier auch einen Status, nämlich, dass diese Zuweisung oder diese Dinge aktuell sind. Das werden wir später noch sehen. Auch das sieht man inzwischen im User-Interface sehr schön, wenn diese nicht mehr schön ist. Genau. Das Ganze kann ich jetzt revisionieren auch. Damit wird auch die Änderung im, sage ich mal, auf Design-Ebene, habe ich jetzt mal was revisioniert. Sie sehen auch, es wird mitgezogen, was sich geändert hat. Und wenn ich jetzt Komponenten entsprechend austausche, das heißt, meine Design-Struktur verändere, immer im Hintergrund behalten, dass ich ja eine Partstruktur habe, die bereits abgeleitet ist. Und wenn ich da jetzt, sage ich mal, Komponenten verändere und auf meine, sage ich mal, entsprechende Struktur gehe, dann sehen Sie jetzt hier, dass diese, sage ich mal, Zuweisung, dieses Alignment, das heißt, die abgeleitete Struktur, nicht mehr aktuell hat. Das heißt, die zugrunde liegende Struktur, die Design-Struktur hat sich verändert und die entsprechende Partstruktur nicht. Das heißt, hier kann ich jetzt, sage ich mal, wenn ich die jetzt mir anschauen würde, würde ich da eindeutig, da sagt er mir auch, ist so ein Quick-Tipp, dass ich dort eine Veränderung habe. Genau. Da tue ich jetzt wieder auf den Knopf Beleihen. Ich habe die Option, das automatisch zu machen. Dann geht er wieder durch die ganze Komponentenliste und tue die entsprechend updaten. Das hat er jetzt auch gemacht und entsprechend ist hier jetzt auch das Icon weg. Das heißt, hiermit bin ich wieder synchron zwischen beiden Seiten der Strukturen. Das heißt, der User wird unterstützt oder er sieht direkt, wenn er auf eine solche Struktur geht, was ist denn überhaupt, was hat sich, was ist nicht mehr in Sync und was muss ich anpacken oder vielleicht auch manuell mal prüfen. Es ist ja nicht immer gewollt, dass das automatisiert ist. Manchmal möchte ich ja auch Dinge überarbeiten, also dass die Teilstruktur sich anders verhält wie die Designstruktur und dann kann ich das auch manuell update. Genau. Das, wie gesagt, das Design Bomb Alignment oder Cut Bomb Alignment gibt es viele Wörter, die im Markt inzwischen vorhanden sind, weil das Thema schon im Umfeld von Teamcenter über mehrere Versionen jetzt auch diskutiert wurde. Und ich finde, inzwischen ist das eine runde Sache, wenn ich diese Strukturen miteinander synchronisieren möchte. Genau. Da haben wir jetzt noch eine, oder es gibt da noch die, sage ich mal, eine Besonderheit, die man bei diesen Strukturen immer wieder hat. Wenn Sie von einer Teilstruktur die Engineering Bomb ableiten möchten oder andersrum, dann gibt es auch immer den Punkt, wie gehe ich mit Mengenangaben um? Und so habe ich die Möglichkeit. Da kommen wir jetzt auch noch mal drauf, wie ich dort mit umgehen kann. Und das, wie gesagt, nicht nur in der Struktur, sondern ich kann das auch in die Partitionen mit einziehen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Genau. Hier wieder unsere Achse, die werden wir heute noch ein paar Mal sehen. Diese Achse ist eine luftgefederte Achse für einen LKW. Und das ist die Designstruktur, die wir hier sehen, mit den entsprechend verbauten Teilen. Hinten dran. Und genau. Mit denen gehen wir jetzt ein Stück weiter. Genau. Und entsprechend sehe ich dann auch natürlich die Visualisierung und ich sehe natürlich auch hier unten meine E-Bomb, meine entsprechende so, meine entsprechende Moment, müssen wir einfach noch drauf drücken. Und da gibt es einen eigenen View für dieses Alignment innerhalb von Teamcenter. Wir haben das gerade eben, Entschuldigung, das war ich. Wir haben das gerade eben gesehen, dass wir, da wollen wir hin, dass wir die Designstruktur einfach automatisiert geupdatet haben. Natürlich ist es die Möglichkeit auch, dass ich die parallel darstelle, dass ich die Strukturen auch wirklich betrachten kann. Und dann sehen Sie auch, dass meine BOM-Struktur mit gewissen Partitionen ist. Und ich kann die einfach updaten, wenn ich diese Bereiche einfach selektiere in die entsprechende Partition ziehe, dann wird die entsprechende Struktur mit den entsprechenden Teilen unterhalb dieser Partition aktualisiert. Und entsprechend kann ich mir jetzt auch über Drag & Drop das Ganze manuell in die jeweilige Partition ziehen, wo ich diese Information auch haben möchte. Das heißt, dieses Cut-Part-Alignment oder das Design-Bomb-Alignment ist auch in diesem Bereich der Partitionen jetzt mit angekommen, sodass Sie die nicht mehr nur, dass Sie mit den Partitionen auch aktiv arbeiten können innerhalb bei diesem Alleinheit. Ein Punkt ist immer, dass ich sage, oder wenn wir über E-BOMs reden und über CAD-Strukturen, dann gibt es einen großen Unterschied, den man immer hat. Das heißt, ich habe in einer CAD-Struktur arbeite ich mit sogenannten absoluten Accurances. Das heißt, ich arbeite mit Verbauungen. Wenn ich ein Auto habe mit vier Rädern, dann gibt es das Rad vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten links. Das sind meine Punkte. Wenn ich jetzt in eine Stückliste gehe, in eine Engineering-Bomb, dann interessiert das meist ein Stück weniger. Wenn ich in Richtung Mechanik, Fertigungsbomb gehe, sogar meist noch ein Stück noch weniger. Das heißt, hier habe ich oftmals die Anforderung, dass sich diese Stücklistenzeilen eigentlich nicht mehr interessiert, sondern ich möchte dort eine Anzahl vier von den Rädern sehen. Ist mir egal, wo die verbaut sind. Das ist etwas, was man standardmäßig mit Teamcenter ja über den Funktionalitäten packen haben möchte. Bloß wenn man das Ganze jetzt, das funktioniert immer sehr gut, wenn ich von einer CAD-Struktur in eine Teilstruktur gehe. Wenn ich aber von einer Teilstruktur in eine CAD-Struktur gehe, dann habe ich das Problem, dass ich dort das aufsplitten muss. Das heißt, ich gehe von einer zusammengeforschten E-Bomb in einer aufgeschliffelten Designstruktur. Und auch das hat man jetzt inzwischen im Teamcenter umgesetzt. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Baugruppe. Da sehen Sie selber, da gibt es, es geht um Kühlschranktür. Und die hat, wie gesagt, 16 mal die Schrauben. Und ich habe, das ist diese, wie Sie sehen, auch diese gepackte Ansicht, wo ich sage, ich habe 16 Schrauben mal 16 und so weiter. Und hier geht jetzt Teamcenter her und kann über diesen Align-Mechanismus eine Design-Bomb erstellen. Das ist ja die Aufgabe, die wir jetzt gerade erledigen wollen. Und diese CAD-Struktur quasi aus einer, vielleicht auch importierten Teil der Struktur. Und hier kann ich jetzt hergehen und kann sagen, wie gesagt, dieses Alignment, gehen wir in den Alignment-View, damit wir das auch sehen. Und dort ist es so, dass diese Design-Bomb, wenn ich die jetzt mal entpacke, dass ich für jedes dieser 16 Elemente, wo auch in der Quantity 16 steht, die, sage ich mal, entsprechend hier auch alle 16 Schrauben als Objekte angelegt hat und auch die vier Scharniere für die Tür sind entsprechend angelegt werden. Das heißt, dort ist es so, wenn ich den Anwendungsfall habe, dass ich aus einer E-Bomb meine Design-Struktur machen muss, dann habe ich auch die Möglichkeit, hier zu sagen, die Mengenangaben, die üblich sind in einer E-Bomb, werden aufgesplittet in die absolute Verbauung, sodass ich dort eine gesplittete, aufgesplittete, CRD-Struktur haben. Genau. Gehen wir weiter im Text. Sie sehen eine Menge Funktionalitäten, wenn es um diesen Design-Umbalignment geht. Wie gesagt, es geht viel um diese Updates und da hat man viel auf Funktionalitäten drumherum gebaut, um diese Update-Funktionalitäten, um den ganzen Anforderungen der Kunden dort auch gerecht zu werden. Hier geht es jetzt darum, dass ich immer noch, sage ich mal, wie gesagt, die Automatisierung und Aktualisieren von Design-Bombens mir anschauen kann. Das heißt, automatisch, wir haben es gerade eben schon ein paar Mal gesehen, dass ich automatisiert gemacht habe, ich kann aber auch einen geführten Update fahren und somit dann auch die entsprechenden Elemente aktualisieren beziehungsweise generieren. das wollen wir uns mal anschauen. Schauen wir uns an. Genau, auch hier ist wieder der Weg, dass ich sage, ich habe eine Engineering-Bomb und eine Design-Bomb, das hat eine CAD-Struktur und die entsprechende Engineering-Bomb dazu und die wird jetzt bei Änderungen entsprechend geupdatet. Da ist es so, und zwar jetzt mal von der E-Bomb, das ist ja klassisch, dass auch auf E-Bomb-Seite Dinge aktualisiert werden, die eventuell die CAD-Strukturen passen und so habe ich dann die Möglichkeit, das auch zu automatisieren beziehungsweise vom System unterstützt, die jeweilige Struktur zu modifizieren. Gucken wir uns das an. Wir haben hier eine Teil-Struktur, die mit Änderungen versehen sind. Wir sehen jetzt hier, ich sehe direkt in der Stückliste, welche Änderungen anhängig sind und wo das Teil selber geändert wurde beziehungsweise wo die Verwendung, die in Englisch oder in Teams in der Sprache wie Usage verändert wurde. Und wenn ich das jetzt auf Align drücke, dann habe ich natürlich nach wie vor, sage ich mal, die Möglichkeit, in diesem Align-View die Visualisierung mir anzuschauen und ich habe jetzt hier in dieser Teil-Struktur, die kann ich jetzt, sage ich mal, auch alleine öffnen, wird jetzt hier die Änderung angeschaut, die ich für diese Struktur habe und die kann ich im Kontext der Änderung mir dann entsprechend auch, sage ich mal, anschauen. Das ist jetzt die Ansicht, genau, wo eine Änderung dann durchgeführt wird. Genau. Dort sehen wir jetzt wieder, dort sind jetzt alle freigegeben. Der Freigabestatus ist entsprechend mit der Freigabe der Änderung genommen worden und dort wird jetzt ein ECN entsprechend in den Kontext gesetzt und die Struktur dann entsprechend jetzt mal unterstützt vom System durchgezogen. Das heißt, da möchte ich kurz Stop drücken. Das heißt, durch die Änderung, die dort durchzogen ist, weiß das System, welche Komponenten revisioniert wurden und welche eventuell neuen Komponenten in der Partstruktur vorhanden sind. Das ist das, was hier in diesen vorgeschlagenen Updates angezeigt wird. Im Moment werden alle angezeigt. Sie haben Filtermechanismen, das heißt, wenn Sie mit großen Strukturen arbeiten, können Sie diese Ansicht auch runterfiltern, dass Sie zum Beispiel nur eine revisionierten Elemente sehen oder nur alle neuen Elemente und dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, wie Sie mit diesen Elementen umgehen möchten. Ob Sie die zum Beispiel revisionieren möchten oder nur weiterverwenden möchten, die alte Version und so weiter. Das können Sie jetzt also festlegen. Das macht der Kollege jetzt auch. Und hier, wie gesagt, habe ich neue Komponenten, dass die entsprechend, wie man damit umgehen muss. Ich kann die jetzt updaten. Das heißt, es wird hier ein neues Design erstellt für dieses Bereich. Hier wird revisioniert und jetzt habe ich auch hier mein neues, also hier die Revision B, ist klar, die werde ich jetzt mit revisioniert und unten drunter sehe ich jetzt auch, dass es dort natürlich aktuell eine leere Hülle sehe, weil es ja eine neue Komponente ist und die auch mit den richtigen Stückzahlen entsprechend verknüpft ist. Wenn ich mir das anschauen möchte, wird in dem anderen View jeweils die Verbauung selektiert. Das heißt, die sind davon betroffen und ich sehe, das Ganze ist auch im Kontext einer Änderung passiert. Das ist diese und hier sehe ich dann auf der Änderung, wenn ich darauf wechsle, das hat er jetzt gerade gemacht, sehe ich, dass die ganzen Wheelboards da entsprechend durch eine neue Komponente ersetzt. wurden. Das ist das, was ich hier jetzt sehe im Kontext der Änderung. Gut, gehen wir eins weiter. Dieses ganze Design und Partstrukturen hin und her ist etwas, was auch, sage ich mal, große Auswirkungen natürlich auf das CAD-System hat. Und bevor ich Dinge updaten möchte, möchte ich vielleicht, gerade wenn sie von der E-Bomb kommen, möchte ich diese vielleicht in meiner CAD-Struktur erstmal überprüfen. Das kann ich natürlich viel über die Visualisierung machen, aber wenn ich dann doch, sage ich mal, Richtung Packaging gehe und ich möchte genau wissen, wie eng wird es denn da in dem Bereich, dann muss ich ins CAD wechseln. Und dort ist es jetzt auch möglich, eventuell konfigurierte, wie auch immer konfigurierte E-Bomb-Sessions in den CAD-Systemen NX und CATIA, das ist der aktuelle Stand, entsprechend zu laden. Wenn wir uns das anschauen, was wird passiert über einen Mechanismus, der dort quasi wie ein Workset ist, genau, gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier die entsprechende Struktur. Ich habe meine verbundene CAD-Komponenten, natürlich kann ich das Ganze visualisieren im Viewer und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, sage ich mal, eine neue Session zu kreieren. Eine Session ist ein Business-Objekt, was quasi als Elternelement dient, wo ich Änderungen an Konfigurationen und an der Ausprägung meiner Struktur abspeichern kann, ohne dass es quasi die Ursprungsstruktur basiert. Dieses Workset kann ich jetzt auch dann im Teamcenter entsprechend öffnen. Genau, da kommt ja dieses kleine Pfeil raus, wenn ich aus dem Active Workflow mache. Hier kriege ich jetzt den Hinweis, dass der eine E-Baum-Struktur laden möchte und er dann die entsprechende Design-Struktur entsprechend dem der E-Baum jetzt aufbauen würde. Dann kommt ein Fenster in ein X hoch, das mir sagt, welche Komponenten unterdrückt sind aufgrund der Ausprägung der E-Baum und so habe ich jetzt eine quasi durch die Konfiguration, durch das Workset bestimmte Struktur in NX geladen und brauche dort jetzt in NX nicht durchselektieren, wie muss die eigentlich aussehen, sondern aus Teamcenter heraus die Ausprägung, die ich jetzt für meine Engineering-Baum habe, in NX geladen und hier jetzt auch als Arbeit zur Verfügung stehen. Genau. Das Ganze sehe ich auch in den Properties, die ich dann auch zur Verwendung habe. Das heißt, ich habe Attribute, die habe ich sowieso in NX, aber ich habe hier für diese Aligned-Parts, kann ich mir dann nochmal extra anschauen, ob das wirklich, wie das Ganze aussieht. Das heißt, auch hier sind jetzt Attribute, die standardmäßig verfügbar sind, die ich für die Arbeit in NX auch nutzen kann. Gut, das ist das dazu. Wie gesagt, automatisierte, genau, Updates, da springe ich jetzt mal ein bisschen drüber, da würde ich die Zeit nicht sprengen. Wie gesagt, da hat sich eine Menge getan, wenn es darum geht, die E-Bom und die Designstruktur automatisch miteinander zu verknüpfen. Ich kann das Ganze, wie wir es gesehen haben, geführt machen. Das heißt, das System erkennt die neuen hinzugenommenen Komponenten in einer Struktur und schlägt mir vor, was ich auf der anderen Struktur updaten könnte oder wie ich es updaten könnte und dann, wenn ich völlig manuell bin, habe ich diesen Align-View, wo ich wirklich über Drag & Drop diese Updates fahren kann. So muss man sich das, genau, so kann man sich das vorstellen. Ein Highlight, was in dem Stücklistenmanagement jetzt gekommen ist, ist die Verwaltung von mechanischen, elektrischen, elektronischer. Das ging schon immer, aber auch Software-Teile im Engineering-Bomb. Wenn wir zu unseren Kunden gucken, wurde diese Thematik immer sehr kundenspezifisch gelöst. Deshalb freue ich mich, dass man dort jetzt von Teamcenter Out-of-the-Box quasi Funktionalitäten reingebracht hat, die es mir erlaubt, in den Stücklisten oder in den Stücklisten auch mit diesen Komponenten, die sich ein bisschen anders verhalten wie mechanische Teile, entsprechend umzugehen. Da gibt es sogar neue Business-Objekte, muss man dazu sagen. Und auch hier kann ich entsprechende Mechatronik-Stücklisten aus so einer Entwurfstruktur ableiten. Es ist so, dass diese Punkte auch vollständig in Polarion für das Bildmanagement mit integriert sind. Das heißt, dort hat man dort auch entsprechend die Synchronisation geschaffen, dass wenn ich gewisse Dinge in Polarion in der Softwareentwicklung mit Konfigurationsfiles und so weiter mache, wird diese Struktur automatisch aktualisiert. Das heißt, auch dort ist die Integration deutlich tiefer geworden. Die Autorensoftware für diese E-BOM, wo immer die herkommen, das heißt, ob das jetzt ein Elektronik- also ein EDA-System ist oder aber wie gesagt schon für die Softwareentwicklung. Dort kann ich jetzt wie gesagt mit diesen Out-of-the-Box Bauteiltypen umgehen, wenn ich mir die Softwarekomponenten oder Konfigurationsfiles oder wie auch immer Kalibrierung entsprechend dort reinhole in die Struktur. Wie sieht das Ganze aus? Auch hier wieder habe ich eine Struktur und in dieser Struktur erschaltet wieder die Änderung entsprechend in Kontext. Das sehen wir auch da unten, die ist jetzt aktiv. Das heißt, alle Änderungen, die ich in dieser Struktur jetzt mache, werden aufgezeichnet. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier Kinderelemente hinzuzufügen und dort verhält sich der Active Workspace ein bisschen anders wie der Rich Client. Das heißt, alles, was Sie sehen hier als New Element sind quasi die Verbauungen, die ich anlege. Sobald ich die Verbauung angelegt habe, wähle ich jetzt hier ein entsprechendes Teil ab. Das heißt, anders wie im Rich Client, wo ich, sage ich mal, ein Teil kopieren kann oder suchen kann und dann verbaue, ist es so, dass ich hier quasi eine Accurance, eine Verbauung anlege, eine Usage und dann das Teil entsprechend verknüpfe damit. Genau, das heißt, dort habe ich dann auch die Suche zur Verfügung oder ich kann ein neues Teil erstellen und so weiter und entsprechend haben wir jetzt hier ein entsprechendes Modul geschaffen, dieses Antriebsmodul und genau, da fügt er jetzt weitere Elemente hinzu. Das heißt, hier wieder ein Kind, genau, wird hinzugefügt und macht er noch dreimal, glaube ich, und dann quasi das entsprechende Teil gesucht oder aber neu generiert. Und wenn ich da jetzt auf das Plus drücke, dann habe ich hier zum Beispiel einen Business-Ident-Typ namens Application Software, den ich jetzt zuweisen kann. Der hat natürlich eine besondere Attribute, die wir verwenden können, die halt software-spezifisch sind. Ich habe hier jetzt auch, der nächsten ist dann ein Konfigurations-File. Genau, auch das hat spezifische Attribute, zum Beispiel, ob das bei der Fertigung inzwischen festgesetzt, das wird Konfigurations-File, also es sind so gewisse Attribute, die in den Prozessschritten benötigt sind, schon mal den Out-of-the-Box-Elementen drauf und dann habe ich hier zum Beispiel noch ein Kalibrierungselement, wo ich dann auch anhaken kann, wo das verwendet wird oder wo das gesetzt wird. So, das heißt, wir haben jetzt diese Struktur erzeugt, die wird entsprechend abgespeichert und entsprechend habe ich jetzt hier also ein entsprechendes Application Software, ein Konfigurations-File und ein Kalibrationsobjekt angelegt und diese kann ich dann entsprechend verwalten, das heißt, Sie können die entsprechenden Elemente dort mit Leben füllen über die entsprechenden Schnittstelle natürlich dann auch die, was weiß ich, Artefakte, die benötigt werden, dort hinzufügen. Genau. Das sind so nochmal ein Blick auf die Attribute, die dort dabei sind. Wie gesagt, das ist ein Out-of-the-Box-Item-Typ und die sind natürlich auch voll konfigurierbar, das heißt, wenn ich jetzt hier sage, meine Struktur ist ja eine konfigurierbare Struktur, die sehe ich ja hier bei diesem Assembly-Indicator, wo ich sagen kann, wunderbar, die sind jetzt in den folgenden, sage ich mal, Varianten, unter den Variantenoptionen zur Verfügung, das heißt, hier sehe ich die Komponenten, die ich selektiert habe und die sind jetzt zum Beispiel immer dann, wenn der Power-Drain elektrisch ist, werden die herangezogen. Sobald der Kollege das dann abschließt, mit Save, genau sehe ich das dann auch in der Struktur, dass das wiederum konfigurierbar ist, also das heißt, er kriegt dann dieses wunderschöne Icon mit dem V und dementsprechend sehe ich das, dann sehen Sie hier dieses V, das heißt, es ist eine Variable-Komponente und ich sehe auch, in welchen Varianten von dieser Option das herangezogen wird. Das heißt, Verwaltung von Mechatronik und Software-Komponenten in der E-BOM ist jetzt auch out-of-the-box möglich, ist, jetzt sage ich mal, nicht der Technologievorsprung, aber man muss sich jetzt nicht mehr wenigstens um diese Objekte kümmern, sondern die sind entsprechend da und funktionieren eins zu eins wie die anderen Part-Objekte auch. Das komplette BOM-Management oder E-BOM-Integration, jetzt sind wir auf der E-BOM, das heißt, alles was mit Parts zu tun hat, ist jetzt insofern finde ich im Active Workspace voll integriert, dass es sich auch um das Werkstoff- oder Materialmanagement kümmern kann, dass ich eine Lieferanten- und Partneranbindung habe, das heißt, dass ich die entsprechenden Vendoren, so heißt es ja, das Vendor-Management verwenden kann mit den entsprechenden Objekten und auch natürlich das Änderungsmanagement. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, diese Änderung in Kontext, die gibt es schon ein bisschen länger, aber jetzt ist es wirklich mit diesen Redlining-Funktionen und so eine sehr Runde gekommen. Jeder, der mit EPLM schon länger zusammenarbeitet, weiß, dass wir eine Historie haben bei dem Werkstoffmanagement innerhalb von Teamcenter, das heute von einem anderen Partner betreut wird. Hier ist es so, dass das jetzt auch im Active Workspace im Stücklistenmanagement, also nicht nur auf dem Teil, sondern ich kann hier auf den entsprechenden Stückliste, kann ich in diesen entsprechenden Views mir quasi die Werkstoffe anzeigen, aus denen das ist. Ich kann diese direkt auf Stücklistenebene pflegen, das heißt, ich gehe her und suche mir jetzt einen Werkstoff aus, kann dort die verbaute Menge angeben, das ist sehr komfortabel, wo ich Sie sagen kann, okay, das Teil ist größer, ich brauche ein Kilogramm. Wenn Sie mit Kunststoffen arbeiten, können Sie angeben, ob Sie mit Rezyklaten arbeiten und so weiter, Beschichtungen sind inzwischen möglich. Also hier kann ich Werkstoffe meiner verbauten Bauteil zuweisen und Buster nicht mehr auf Teil wechseln und dann umständlich in ein anderes Modul, sondern ich kann in dem Kontext meiner Stückliste solche Daten pflegen, so wie es ja eigentlich auch sein soll. Genau. Das Gleiche funktioniert jetzt auch inzwischen, das beobachten wir schon ein bisschen länger, das hat sich jetzt so ein bisschen über jedes Release ein bisschen verfeinert, dass ich die kompletten, das komplette, das ist nicht Lieferantenmanagement, sondern Lieferantenteile mitmanagen kann auf den entsprechenden Strukturen. Reist, wenn ich jetzt hier mir das anschaue, ich habe hier ein Teil und das ist ein sogenanntes Beiteil, Sie haben ja mal die Entscheidung getroffen, dass dieses Teil eingekauft wird, dann habe ich die Möglichkeit, die entsprechenden Lieferantenteile zuzuweisen, indem ich beispielsweise einen Vendor-Part anlege, wo ich dann sage, natürlich brauche ich dann auch den Vendor dazu, das heißt automatisch werden damit die Lieferanteninformationen wie Locations und Ansprechpartner und so weiter mitverwaltet und entsprechend kann ich dort das entsprechend zuweisen. Das Gleiche geht natürlich auch mit mehreren Objekten, das ist keine Eins-zu-eins-Relation, sondern ich kann solche Prozesse wie Second Source und so weiter einfach ausbilden, das heißt, dass die gleiche Komponente von unterschiedlichen Lieferanten sage ich mal entsprechend angezeigt wird. Wenn hinter diesen Lieferanten und der Komponente ein Vertrag entsteht als Dokument und das auch vielleicht klassifiziert ist, dieser Vertrag, dann kann ich sagen, okay, das ist zum Beispiel mein bevorzugter Lieferant für diese Komponente, das sind dann Informationen, die aus dem Einkauf kommen und entsprechend wird dieses Teil dann auch in meiner Struktur, sage ich mal, ist das der preferierte Lieferant und auch gleich für jeden erkennbar, ohne dass man in ein ERP-System abtauchen kann oder beziehungsweise wenn das bereits in einem Entwicklungsprozess definiert ist, dann ist der Weg dann aus dem PLM-System in das ERP-System. Aber das sauber dokumentiert und nachvollziehbar in der entsprechenden, auf den entsprechenden Objekten. und meiner Struktur. Genau. Genau, und dann haben wir natürlich noch das, was Sie schon die ganze Zeit gesehen haben, das heißt, diesen Out-of-the-Box-Funktionalitäten, wo ich die Möglichkeit habe, mein komplettes Änderungsmanagement im Kontext meiner Struktur zu machen und der große Vorteil ist, das wird immer unterschätzt, wenn Sie mit dem Änderungsmanagement machen, das heißt, irgendwie festlegen müssen, was sind meine Lösungselemente, was sind meine Impacted-Elemente und so weiter. Da ist der große Vorteil, wenn ich die dann entsprechend in meiner Struktur kennzeichne, dann habe ich dort, oder wenn ich diesen Änderungen im Kontext mache, was er hier wieder macht, wo er eine Änderung auswählt und sagt, jawohl, ich nehme hier dieses Ebum Release als meine Änderung und dann kann ich, wie gesagt, das ist noch ein bisschen langweilig, hier mit Effektivitäten natürlich auch arbeiten, kommen wir später noch darauf hin, auch dort hat sich einiges getan und jetzt kann ich diese Struktur aufbauen und alles, was ich jetzt innerhalb dieser Struktur Änderung ändere, wird in der zugeordneten Änderung gesammelt, sodass ich mich da nicht mehr darum kümmern muss, was ist wirklich von dieser Änderung betroffen, sondern das sammelt das System für mich und trägt entsprechend die Elemente ein und das steht mir dann auch zur Verfügung für die, sage ich mal, Auswertung, wenn ich auf eine Änderungsnotiz gucke, was hat sich denn geändert, was war alt, was war neu, das ist ja die klassische Fragestellung bei Änderungen, nicht nur die Gründe, warum hat sich etwas geändert, sondern auch was hat sich geändert im Detail und entsprechend wird diese Änderung durchgezogen. Genau. Das lassen wir jetzt gerne nochmal abschließen. Und genau. Wunderbar. Und wie gesagt, auf diesen Objekten steht jetzt auch in der Struktur, sage ich mal, dass wir sicherlich erstmal fixierte Assemblies haben, aber weiter hinten gibt es Spalten, die mir dann sagen, zeigen zum Beispiel, wann wurde das Teil kreiert unter welcher Änderung, das ist ja eine Funktion und wann wurde dieses Teil in meine Struktur eingebaut und das sind wie gesagt die Dinge, die hier auf der Änderung entsprechend getrackt werden und wenn ich diese Änderung jetzt release, dann wird mit dieser Freigabe dann auch die entsprechenden Komponenten dann auch entsprechend freigegeben. Das heißt, die haben einen Freigabestatus dann, weil sie über die Änderung mit freigegeben wurden. Genau. Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch ändern, das heißt, der Kollege geht es her und wählt eine andere Änderung aus, die noch nicht geschlossen ist, das heißt, das ist jetzt dieses E-Bomb-Update und hier kann ich jetzt hergehen und kann sagen, wie gesagt, haben wir ein anderes Datum jetzt, wir sind in der Zeit gesprungen und das Latest Modified oder Latest Working ist jetzt die Laderegel, das heißt, ich kriege den aktuellen Stand angezeigt. Er geht jetzt her und bügt jetzt, sage ich mal, Tauschkomponenten aus, das heißt, ein Replace mit der neuen Komponente, genau, die hier in der Struktur jetzt da drin ist und die er jetzt, also da auch, jetzt sehe ich auch hinten wieder, wie gesagt, da ist sie mir sehr stolz drauf, sehe ich, dass diese Änderung jetzt aktuell ist, ich sehe die Effektivität, wann die startet, nämlich im heutigen Datum und zwar bis unendlich und die alte Komponente, das werden wir später nochmal sehen, das ist noch ein Punkt, ist die Effektivität dieser Verbrauchung entsprechend angepasst worden, er setzt jetzt ein neues Element noch rein, das heißt, er ändert auch die entsprechenden Dinge, sprich die Anzahl oder die Teile, die in der Baugruf verbaut sind, die Anzahl quasi, neue Komponente hinzu, genau, und speichert das Ganze. Da unten sind sie, entsprechend einsortiert worden, weil sie eine neue Sequenznummer bekommen haben und auch die sind jetzt Bestandteil der Änderungen, wieder wie wir das gerade eben gesehen haben. Genau, die Änderung ist offen, das sieht man hinten an dem orangen Zeichen, ist noch nicht abgeschlossen, die anderen Komponenten, die wir vorhin released haben, im Kontext der Änderung, haben dieses Zeichen nicht mehr, damit ist auch klar, in welchen Bereich ich nicht habe. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dann ist genau dieser Spülschrank hat sich entsprechend geändert, wir einmal die Property, weil wir das revisioniert haben bei einem, das heißt, das Compressor Assembly selber wurde revisioniert und da sieht man auch, dass die entsprechenden Dinge sich angepasst, sprich die Effektivität der Verbauung sich angepasst hat und entsprechend kann ich das jetzt wieder freigeben und entsprechend ist die neue Struktur auch freigegeben. Wie gesagt, das ist dieses Änderungs im Kontext, immer sobald ich das ausgewählt habe, haben wir dort, wird das automatisch mitgeträgt, ich muss es nicht händisch zusammensammeln und eventuell etwas vergessen und das Schöne ist, auf Basis der Änderung sehe ich sofort, was hat sich geändert in diesem Bereich. Genau, bringen wir weiter, um die Zeit einzuhalten. Genau, das ist das zu dem Thema. Modulvarianten, das haben wir vorhin schon gesehen, wie wir damit umgehen, dass ich dort bei diesen Modulen, also mit den Partitionen auch Module abbilden kann, die können in entsprechende Module dann auch konfigurierbar sein und so kann ich meine Struktur machen. Das heißt, auch dort die Zusammenarbeit von klassischen Produktkonfigurationen mit den Partitionen geht entsprechend weiter, nicht nur, dass man, also dass auch so ein Modulgedanke gepflegt wird, dazu hat man die Partition entsprechend dann auch verwendet und auch das ist ein Thema, was dort angeht. Genau, wenn ich so eine Struktur öffne, sieht es dann so aus, dass ich die Produktstruktur paare mit meinen Modulen öffnen, also das ist jetzt eigentlich mal ein Modul selber, das hat abgeleitete Varianten, das haben wir vorhin schon gesehen, die Lösungsvarianten, die entsprechend vorhanden sind und die, sag ich mal, das ist so eine, das ist so eine Lösungsvariante, genau, und dort sehe ich dann die Unterschiede dieser Baugruppen, das heißt, die kann ich mir natürlich öffnen, und diese Lösungsvarianten aus diesen Modulen lassen die anderen dazu, das heißt, hier haben wir mehrere Lösungsvarianten bereits ausgeträgt, kann ich natürlich auch zu meinen Favoriten hinzufügen, das ist etwas, ich spure mal ein bisschen weiter, weil das sind so Standard- Funktionalitäten, die Sie in Active Workspace selber sowieso schon können, kommen wir mal zum Kern der Geschichte, da ist es so, dass ich jetzt hier, wenn ich mir solche eine Produktstruktur anschaue, ich mit mir meine Produktstruktur aufteilen kann in Module, das sind sogenannte Partitionen, das sehen Sie auch am Prefix der Nummer, PTN steht für Partition, das heißt, ich habe Strukturelemente drin, die nicht Bestandteil der Stückliste sind, sondern nur dazu dienen, dass ich meine Struktur übersichtlicher aufbauen kann. Innerhalb dieser Struktur, oder ich sage mal, auch wenn ich hier jetzt sage, ich nehme eine Änderung im Kontext wahr, dann und dort jetzt zum Beispiel Elemente hinzufügen in ein Modul oder Module abändere, dann wird das entsprechend mitgeträgt, das heißt, wir gehen mal hier in dieses Achsengehäuse hinein, in diese Partitionen, und fügen dort jetzt Kinder hinzu, das heißt, das ist genau das, was ich dort gemeint habe, ich nehme jetzt einfach Teile hinzu, deshalb hat er sie sich in die Favoriten gelegt, damit er die in dieses Modul mit reinbringen kann, das heißt, die ganzen Lösungsvarianten, die es für diese Struktur, für diese Module gibt, zieht er jetzt in dieses Modul rein, das heißt, hier habe ich meine Lösungsvarianten quasi in dieser Struktur und kann diese dann, sage ich mal, innerhalb von Teamcenter auf der Basis dann auch entsprechend konfigurieren, das heißt, ich habe von einer Baugruppe für meine Module Lösungsvarianten geschaffen, die ich jetzt wiederum in der übergeordneten Baugruppe konfiguriere, als Modul über diese Regeln, wann diese greifen, das, was wir vorhin schon gesehen haben, dass ich jetzt sage, jawohl, das sind, sage ich mal, entsprechende Varianten, Elemente, die ich jetzt machen kann und die wiederum kann ich jetzt mit der entsprechenden Designstruktur auch entsprechend alignen in der Ausbringung und so sicherstellen, dass ich, sage ich mal, immer die richtigen Informationen habe. Genau, wir springen da mal drüber, er hat eigentlich quasi schon alles gezeigt, was er zeigen wollte, das heißt, die können genau diese Durchgängigkeit, Partitionen und Module in der Struktur abzupacken, passende Lösungsvarianten dort einfügen, diese wieder auf Basis der Eltern oder der Top-Struktur konfigurieren und das mit der darunterliegenden CRD-Struktur entsprechend zugreifen. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass Siemens unheimlich viel jetzt gemacht hat, diese ganzen unterschiedlichen Arten, wie man mit Strukturen arbeitet, zusammenzubringen und durchgängig dem Anwender darzubieten und damit für den jeweiligen Andungsbereich wirklich das Optimale auswählen zu können. Partitionen, Lösungsvarianten oder konfigurbare Baugruppen und unten drunter dann diese CRD-Struktur, die ja auch für die Visualisierung oder visuelle Überprüfung der Endstruktur wichtig sind. Ein weiterer Punkt jetzt in dem Stücklistenmanagement ist, dass man jetzt mit Reifegradmanagement angefangen hat. Wenn wir mit unseren Kunden reden, ist das immer etwas, was gern diskutiert wird zwischen Status und Reifegrad. Da redet man immer drüber, dass ich zwar nicht freigegebene Komponente habe, die aber vielleicht innerhalb einer Baugruppe noch einen Prototypen-Status hat. Man ist noch nicht wichtig, ob man diese Verbauung wirklich haben möchte, ob man diese Komponente in der Stückliste oder in dem Produkt eigentlich wirklich verwenden möchte. Und hier gibt es, wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, dass man dort mit sogenannten Reifegraden arbeitet. Diese Reifegrade werden auf der Verwendung verwaltet. Und zwar während ihres gesamten Lebenszyklus. Das Ganze kann natürlich über den Workflow gesetzt werden. Das heißt, weitergeschaltet werden, ähnlich wie ein Status. Es kann aber auch manuell aktualisiert werden. Das heißt, ich kann in einer Verbauung auch sagen, du bist jetzt nicht mehr Prototyp, du bist jetzt Vorproduktion oder wie auch immer. Das Ganze kann ich Geschäftsregeln hinterlegen, die dann auch bei einer Freigabe, bei einer ECN-Freigabe wichtig sind. Dass ich beispielsweise Stückliste nicht freigeben kann, wenn eine Verbauung noch im Fortschritt oder im Reifegrad Prototyp ist, dass ich sowas verhindere. Das, wie gesagt, sind die Funktionalitäten, die dort mitgekommen sind. Wir schalten wieder die Änderungen in Change oder in den Kontext genau, dass die gewählt wird und entsprechend haben wir dort die, sag ich mal, das, was Sie vorhin schon gesehen haben, hier diesen Punkt. Jetzt kommt der wichtige Weg, das heißt, ich habe hier jetzt einmal diese Reifegrad mit Futurity im Englischen, genauso wie Sie es vorhin bei der Änderung gesehen haben, wo ich sage, ich kann ja eine Änderung haben, die auf dem Teil selber basiert und ich kann eine Änderung haben, die auf der Verbauung basiert, habe ich das hier bei dem Reifegrad genauso. Ich habe eine Reifegrad, der auf dem entsprechenden Teil basiert, das ist etwas, was wir bei vielen Kunden als Anpassung implementiert haben und dann haben wir die Verbauungsreifegrad, die nochmal eine extra Spalte ist, also extra verwaltet wird. Auch wenn das Teil selber den Reifegrad Serie hat, kann ich sagen, ist es in der Verbauung der aktuellen Struktur, die ich geöffnet habe, hat das noch den Reifegrad Prototyp zum Beispiel. Das Ganze wie gesagt, ist jetzt etwas, was ich aktualisieren kann, das heißt, ich kann das, wenn ich das Ganze jetzt editiere, kann ich jetzt umschalten, das heißt, anders wie ein Status, den ich ja nur über den Workflow vergeben kann, habe ich die Möglichkeit, hier das auch händisch zu vergeben und das Ganze händisch auch zu vergeben, die Tabellenfunktion im Active Workspace kennen Sie, arbeite ein bisschen nach Excel, ich muss nicht jedes anwählen, ich kann das runterziehen und entsprechend habe ich auch diese Änderung gecheckt und das Ganze dann natürlich auch wieder, wie auch immer, kann ich die Businessregeln sagen, dass dann die Effektivität angepasst werden muss und so weiter, also das sind alles Dinge, mit diesem Reifegrad Management und auch hier ist es so, dass ich, wenn ich jetzt, da gibt es dann extra in dem Workflow, gibt es dann, dass er dort die entsprechenden Links und hier, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, lässt er sich im Moment nicht, im Moment sind wir noch in der Validierung, die Validierung schlägt fehl, weil einfach dort noch gewisse Dinge noch nicht den richtigen Reifegrad haben, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, mit den entsprechenden Reifegraden kann ich Prozesse, sag ich mal, solider aufbauen und weil ich die einfach für die Prüfung da entsprechend hinzufügen kann, diese Geschichte und gibt es extra einen Tab für Validierung und da sagt er mir dann auch hier in der Validierung hier oben, dass die entsprechende Verbauung im Moment noch nicht den richtigen Reifegrad hat und damit ist klar, das ist immer die nächste Frage, schlägt etwas fehl und dann kann ich mir hinten angucken, was ist fehlgeschlagen und hier können wir dann wie gesagt direkt sehen, welche Komponente betroffen ist und kann mir entsprechend agieren und nachprüfen, warum das so ist. Also Reifegrad Management innerhalb von Teamcenter, Aufverbauung auf einzelnen Teilen, Trennung vom Status, hat seinen Grund, warum das so ist und wie gesagt ist für mich so ein Punkt, weil in vielen Kundenprojekten haben wir dieses Reifegrad Management quasi als Anpassung implementiert, ist jetzt Out of the Box zur Verfügung und auch entsprechend in den Workflows und Freigabemechanismen von Teamcenter entsprechend einsetzbar, umsetzbar, dass dort Validierungen drüber laufen, so wie Sie es gerade eben gesehen haben. Genau, Partitions habe ich schon viel drüber gesagt jetzt auch, dass das etwas ist, wie gesagt, ein oder zwei Releases in der Vergangenheit kamen die in das System rein. Dort das Kundenfeedback, was wir erfahren haben, ist, dass Partitionen toll sind und sehr hilfreich sind, aber wenn diese Partitionsschemen angewandt werden auf eine Struktur, bedeutet das, dass ich ja jedes Mal anders auf eine Struktur gucken kann und dann eventuell Komponenten nicht mehr ganz einfach aufhören sind und da ist es so, hier sehen Sie quasi so ein Partitionsschema, das heißt, das hat nichts mit Teilen zu tun, sondern es ist wirklich eine Systempartition, ich kann dann auch noch Funktionalpartitionen aufbauen und so weiter, gibt es unterschiedliche Typen. Wichtig ist, dass ich das einer Struktur zuweise und entsprechend die Teile dann in die oder vielleicht auch halbautomatisch über Regeln in diese jeweiligen Strukturknoten eingeordnet werden und damit kann ich, wie gesagt, habe ich unterschiedliche Sichten auf eine Struktur ganz einfach abbilden und anpassen. Wie gesagt, fügt aber dazu, kann durchaus sein, dass Kollegen, die auf eine Struktur gucken in einem gewissen Partition, Komponenten nicht mehr so einfach wiederfinden und dort ist es so, dass ich hier jetzt so eine Suche habe, wo ich diese Komponenten dann auch mir anschauen kann, entsprechend, wo befindet sich das, ich kriege ein Suchergebnis, das heißt, es ist eine Suche innerhalb der Struktur, damit ich meine entsprechenden Komponenten dann auch wiederfinde, die sich ja jetzt völlig anders strukturiert aufgliedern können. Das ist etwas, was, wie ich finde, sehr hilfreich ist, diese Suche funktioniert jetzt auch über die Partition hinweg, also in den Partitionen muss man sagen, war ja eine Funktion eigentlich nur für die Stütkliste. Arbeitskontexte, WorkSets, das ist etwas, was ich sage, dass wirklich, wenn ich aktiv mit Strukturen arbeite, kann ich und ich mehrere Strukturen, mehrere Konfigurationen, sage ich mal, entsprechend kreieren möchte, dann kann ich dort mit WorkSets arbeiten, um solche konfigurierten Strukturen und auch nicht als Struktur abspeichern, sondern eigentlich bloß als Ausprägung abspeichern. Wenn man sich das jetzt anguckt, habe ich jetzt hier dieses CrossCard, wo ich diese Struktur hier habe, die hat mehrere Lösungsmöglichkeiten, das ist eine konfigurierbare Struktur und wenn ich immer an dieser Struktur arbeite und ich jedes Mal öffne, mir die Konfigurationen raussuchen muss, die ich mir anschauen möchte, die Elemente, sage ich mal, Latest Working oder wie auch immer darstellen lassen möchte, vielleicht noch eine Variante anzeigen möchte, die, was weiß ich, für den europäischen Markt, für den amerikanischen Markt, dann muss ich jedes Mal mir das zurückweisen, das macht er jetzt gerade. Er konfiguriert die jetzt als Variante CK-Based, die prägt er jetzt aus, das ist jetzt die einfache Variante und kann außerdem über die Revision Rule und so weiter die entsprechenden, sage ich mal, möchte ich den letzten Freigegeben-Status, möchte ich den Working-Status haben, kann ich entsprechend diese Dinge mir konfigurieren. Innerhalb des Work-Sets werden genau diese Konfigurationsparameter, so möchte ich sie mal nennen, abspeichern und ich kann nicht nur eine Struktur mir so anschauen, sondern ich kann auch mehrere Strukturen dort hineinfügen, da scrolle ich mal ein bisschen vor, da legt er nämlich die nächste an, die er jetzt mal als Luxus-Variante auskonfiguriert und so weiter und diese kann ich also mehrere Strukturen auch des gleichen Teils anders konfiguriert mit anderen Revisionsregeln auch dargestellt, kann ich mir jetzt innerhalb dieses Work-Sets halten und das auch als Arbeits, deshalb heißt es Work-Set als Arbeitsgrundlage immer wieder aufrufen und ich kriege immer wieder diese Einstellung. Das ist ein großer Vorteil, wenn ich mit diesen Strukturen arbeite und immer wieder diese Einstellung brauche. Ich kann diese natürlich jetzt vergleichen, ich kann die Unterschiede mir aufbauen, sodass ich auch wirklich eine Übersicht habe. Darum geht es ja, dass ich Strukturen, gerade wenn ich über 150% Strukturen rede und darin arbeiten muss, meine Überprüfung, meine Validierung, meine Arbeiten immer auf Basis eines Work-Sets machen kann und das ist so der Vorteil. Das Ganze kann ich jetzt noch kombinieren, dass ich die Visualisierung mit reinnehme. Das heißt, ich kann jetzt ganz explizit sagen, dass in meiner einen Struktur nur das Hinterteil eingeblendet wird, ich kann das in der anderen Struktur sagen, das entsprechende Vorderteil und kann dort Überprüfungen, die klassisch sind, wenn man mit solchen Strukturen arbeitet, vornehmen. Das ist der große Vorteil dieser Work-Sets. Und das, wie gesagt, nicht einmal eingestellt und beim nächsten Mal nochmal, sondern immer wieder aufrufbar für meine Tätigkeit, die eventuell ein bisschen länger dauert wie nur ein Nachmittag. Das heißt, immer wieder aufrufbar und entsprechend darstellbar. Und auch in der Vergangenheit, in der Zukunft, natürlich auch ein Blick in die Vergangenheit, was haben wir uns so eigentlich dabei gedacht, dass ich das mit Abspeichern Work-Sets. Diese können Sie, wie gesagt, in der Visualisierung verwenden und soweit ich weiß, können Sie auch die Work-Sets dann oder die auskonfigurierten Elemente dann, wie wir es vorhin gesehen haben, dann auch in NX starten. Genau. Gut. Das ist der Punkt. Produkt-Konfigur, also das ist jetzt das ganze Paket Stücklistenmanagements. Sie haben gesehen, dass eine ganze Menge passiert, wenn es den Abgleich zwischen Design-Struktur und Teil-Struktur, das dort viel automatisch unterstützt, funktioniert. Sie haben gesehen, dass im Strukturmanagement eine ganze Menge passiert ist, die einzelnen Module, Materialmanagement, Vendormanagement und so weiter, innerhalb der Struktur, also sage ich mal, innerhalb meines Strukturbaumes mit bearbeiten kann, dass das eine runde Geschichte geworden ist. Sie haben gesehen, dass das Reifegradmanagement in wichtige, also sage ich mal, jetzt mit eingeführt wurde und dass dieser Change in Kontext, sage ich mal, inzwischen so eine Basispunkt, Digitalität ist, die man dort bei den Änderungen von Strukturen und Teilen entsprechend zur Verfügung hat. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Produktkonfiguration, das heißt, wirklich die Produktkonfiguration selber. Dort ist es so, dass wir mit dem Werkzeug oder Teamcenter hat ja da zwei Artefakte für das Produktkonfiguration. Das eine ist der Product Configurator, der, wo ich, sage ich mal, diesen klassischen Configure-to-Order-Prozess abdecken kann und es gibt das Werkzeug RuleStream, wo ich eigentlich so diesen Engineering-to-Order mit abdecken kann. Das Ganze fließt ein bisschen zusammen. Eine Anforderung war für beide Werkzeuge, dass man eine Möglichkeit haben möchte, um möglichst einfach diese Konfigurationslogik auch anderen Anwendern, die nicht in Teamcenter arbeiten, zur Verfügung zu stellen, bis hin, dass man sagt, das möchte ich durchaus auf unserer Webseite haben, damit der Kunde selber konfiguriert kann. Oder auch andere Applikationen, wie dieses automatische Angebotserstellung und so weiter, dort mitzuverwenden. Und dort hat es ein bisschen gehapert mit dem Produktkonfigurator, mit der API, das hat man nachgezogen. Es gibt jetzt eine offene, in Anführungsstrichen, Programmier-Schnittstelle auf Basis der Soa-Architektur von Teamcenter und dort kann ich eine ganze Menge machen. Und wie gesagt, eine Zielrichtung dazu ist, dass wir auch hier die, sag ich mal, über die Funktionalitäten auch entsprechende angepasste Oberflächen zur Verfügung stellen, die natürlich deutlich noch viel schöner ist, wie der Produktkonfigurator im Teamcenter sowieso schon ist, wie ich finde, im Active Workspace. Genau, das, so dass ich auch wirklich Oberflächen zur Verfügung Stelle, wo er nicht techniker konfigurieren kann. Wie das aussieht, möchte ich Ihnen zeigen. Das ist, sage ich mal, die Ansicht, wo ich innerhalb des Rich Clients, sage ich mal, meine entsprechenden Regeln oder Werke festlege, wie, wann ich welche Konfiguration durchführen kann. Das ist jetzt mal ein Client, den möchte ich einem Experten angedeihen lassen, aber sicherlich keinem, der nur mal eben Produkt durchkonfiguriert. Hier lege ich fest, oder kann ich festlegen, was, wie, also über Teilefamilien, über Optionsfamilien kann ich festlegen, wie meine Produktstruktur, sage ich mal, wie das Regelwerk eigentlich ist, hinter meiner Produktstruktur, wann zum Beispiel ein 18 Volt oder wann ein gewisser Motor zur Verfügung steht, und so weiter. Die Anforderung ist aber, dass ich das natürlich habe, A möchte in einer Art und Weise, dass das wiederverwendet wird, diese Teilefamilien, aber in einer Art und Weise, dass auch ein Nicht-Techniker es einfach machen kann. Und hier sehen Sie eine Oberfläche, wo ich ein Produkt durchkonfigurieren kann, mit Icons unterstützt, mit moderneren, sage ich mal, mit Zeichnungen hinterlegt, Fotos hinterlegt, damit die Leute sehen, was sie da eigentlich zusammen konfigurieren, dass man diese Dinge dahinter legen kann und dann auch eine Anwenderschaft zur Verfügung stellt, dass dort Dinge durchkonfiguriert werden. Das heißt, dass am Ende eine Lösungsvariante rauskommt, die ich auch an ein Angebotssystem oder auch an andere Dinge übergeben kann. Wie funktioniert das? Dazu wird der Rulestream reintekt verwendet, dort kann ich diese Oberflächen definieren, das heißt, für jede dieser ausgeführten Optionen und so weiter kann ich festlegen, wie sie in der Benutzeroberfläche festgelegt werden, zum Beispiel als Radio-Buttons, wie wir es hier sehen, oder aber als, sage ich mal, Gen-Textbox, ich kann aber auch sagen, ich möchte ein Karussell haben und dort die entsprechenden Darstellungsbreiten und so weiter anpassen in der Oberfläche und daraus wird dann quasi eine Oberfläche generiert, die auf diese Funktionalitäten zugreift, die wir auch innerhalb von Teamcenter definiert haben, wie dieses Power Supply, Power Control, was wir vorhin gesehen haben und jetzt habe ich hier zum Beispiel dieses Karussell zur Verfügung und kann hier recht einfach diese Informationen entsprechend abrufen. Das heißt, die in Teamcenter definierten Optionen, Familienoptionen und so weiter werden hier übernommen, aber in einer Oberfläche zur Verfügung gestellt, wo ich recht einfach eine Anwenderschaft, die nichts mit Teamcenter zu tun hat, diese Konfigurationslogik und Möglichkeiten zur Verfügung haben. Lösungsvarianten, die ausdefiniert werden und hier für wichtig erachtet werden, kann ich aber trotzdem dann nach Teamcenter speichern und stehen mir dann auch hier in Teamcenter zur Verfügung. Hier mal sage ich mal jetzt im Ridgeglide, der ist vom Produktkonfigurator ist noch nicht alles im Active Workspace, da wird noch daran gearbeitet, aber wenn ich jetzt hier diese Lösungsvariante suche, die wir gerade eben in der Oberfläche gemacht haben, sehen Sie, dass auch diese entsprechend innerhalb von Teamcenter gespeichert ist. Das heißt, das ist nicht etwas raus und dann muss ich da extern mitleben, sondern auch das, was dort konfiguriert wurde und festgelegt wurde, steht mir im Teamcenter zur Verfügung. Genau. Das ist Produktkonfiguration. Genau. Dann hat sich für den Produktkonfigurator die Benutzung einiges getan im Active Workspace, sind so ein paar kleine Hinweise, dass man dort auch jetzt mit Effektivitätsdaten für die entsprechenden Regeldatum verwenden kann. Wenn ich mehrere Stände habe von solchen Regeln, dass ich dann entsprechend auch sagen kann, das wird jetzt zu dem Zeitpunkt effektiv und dieses Durchschalten, da habe ich jetzt eine weitere Bedienung im Teamcenter und ich kann variante Regeln jetzt auch einfacher duplizieren und ändern, also kopieren und ändern mit einer Safe-S-Operation. Also kleine Dinge, die da passiert sind. Genau, kommen wir zum Projekt Programm und Prozess Management, genau, im Wesentlichen in dem Release der Schedule Manager, der einige Verbesserungen erlebt hat, der Schedule Manager, der ja jetzt, sage ich mal, vollumfänglich im Active Workspace integriert ist, wie ich sehr finde, sehr gelungen integriert ist jetzt. Das heißt, ich habe mein Projektmanagement, klassisch mein Gun-Chart innerhalb von Teamcenter zur Verfügung, womit ich dann auch Deliverables und so weiter verknüpfen kann, das heißt, ein umfängliches Projektmanagement steht mir zur Verfügung. Eine Funktionalität ist natürlich, dass ich diese Pläne Baseline kann. Bisher war es so, dass ich mir immer nur einen Baseline anzeigen konnte und jetzt mit dem Release 14.1 habe ich die Möglichkeit zwei, also wir erhöhen das langsam. Das heißt, ich kann die unterschiedlichen abgespeicherten alten Stände kann ich mir anzeigen, um so auch, sage ich mal, die Historie meines Projektplanes entsprechend erfassen und überprüfen zu können und die dann auch umsortieren kann und so weiter. Also diese Möglichkeit steht jetzt in dem Program- und Prozessmanagement zur Verfügung. Genau. Sehr einfach, sehr schnell. was auch etwas ist, jeder, der den Schedule-Manager noch kennt aus dem Rich-Client, weiß, dass ein umfassendes Notifikationswerkzeug hinten dran steht. Das heißt, wenn sich etwas ändert an meinem Plan, dann kann ich andere davon benachrichtigen lassen. Ich kann mich selber benachrichtigen lassen. Ich kann Dinge automatisiert eskalieren lassen. Klassisch, wenn ein Task überfällig wird, dass es dann erstmal eine Entscheidungsebene einmal nach oben getragen wird. Das hat man jetzt auch im Active Workspace nachgezogen. Das heißt, ich arbeite jetzt hier als Ad Engineer und habe die Möglichkeit zu sagen, einen gewissen Task oder den ganzen Plan, der ja hier DOSA Vibration heißt, füge ich jetzt Follower hinzu, dass ich sage, meine Kollegin Paula soll jetzt entsprechend informiert werden, wenn etwas passiert und nämlich, wenn an diesem Plan ein Task hinzugefügt wurde. Das machen wir jetzt auch mal. Wir fügen einen Task zu in diesem Projektplan und sobald der hinzugefügt wurde, wird eine automatische Notifikation, wir haben jetzt bloß einen Task hinzugefügt, der ist noch nicht verknüpft und so weiter. Wir locken uns jetzt mal rein als Paula in das System. Was ich ganz lustig finde, ist, dass die Kollegen immer die originalen Einlogzeiten da mit dabei haben. Aber wir haben jetzt diese Information, dass ich als Follower bei einem neuen Task hinzugefügt wurde, ich als Paula jetzt, und ich sehe bei meinen Newsfeed dann auch, dass dort neue Tasks angelegt sind. Das heißt, ich als Anwender habe dann auch die Möglichkeit, wenn ich das Recht dazu zu sagen habe, unfollow, das heißt, es interessiert mich nicht, wenn da neue Tasks hinzukommen, das heißt, ich kann das selber managen und das natürlich auch ablehnen, aber so funktioniert das. Natürlich kann ich mich selber mit unterschiedlichen Events, wenn ich so ein, oder auch diese Subscription kann ich deaktivieren, das heißt, ich kann das vollumfänglich managen, wie, wann ich notifiziert werde oder benachrichtigt werde und entsprechend dann auch andere Personen mit hinzunehmen, je nachdem. Das soll so ein bisschen der Interaktion und dieser Zusammenarbeit, dieser Collaboration-Gedanke innerhalb von Teamcenter erhöhen, gerade auf Projektebene, wo ja doch relativ viel Ad-Hoc-Aktionen nötig sind und Basis dafür ist natürlich, dass ich weiß, was in meinem Projekt eigentlich passiert und hier habe ich, wie gesagt, wenn ich das ausfülle, immer die Möglichkeit, einen Event-Typ auszuwählen, das heißt, wann soll diese Notifikation ausgelöst werden und wenn ich da in die Liste gucke, dann habe ich klassisch die Dinge, wenn Status geändert wurde, wenn das Ding overdue wird, also wenn das überfällig wird oder fällig wird, das ist ja auch mal ein Punkt, das ist ja auch mal schon mal wichtiger, wenn jemand das Start- und Enddatum verendet, das Geplante und so weiter, all diese Dinge kann ich mal sagen, dass dort eine entsprechende Notifikation erfolgen soll und wie gesagt, wer soll dazu gehen, ich brauche nicht nur interne Menschen hinzufügen, ich kann auch E-Mail-Nachrichten hinzufügen und Empfänger dort mit reinbringen, wenn wir nicht Bestandteil von Teamcenter sind, genau, aber wie gesagt, das sind diese Notifikationen, die ich in Teamcenter habe, als entsprechend ähnlich wie die Subscription oder wird auch so gehandhabt, habe ich die Möglichkeit damit zu arbeiten. Innerhalb meiner Subscription kann ich dann wieder filtern und so weiter, nach Prioritäten und Dinge mir darstellen lassen, damit ich da auch eine Übersicht habe, Unwichtiges von Wichtigem trennen kann, so funktioniert das in diesem Bereich. Gut, das ist die Notifikation zu dem Thema. Ja, Change Management, vieles wurde schon über diese Änderung im Kontext geredet. Ein Punkt, der bei vielen Kunden immer wieder zu Diskussionen führt, ist das Arbeiten mit Effektivitäten, entweder auf Verbauung oder auf Strukturen selber, wo ich sage, wann wird eine Änderung effektiv und dort ist es so, dass immer wieder diskutiert wird oder viele ERP-Systeme auch haben, sobald ich eine Nachfolge Revision oder sage ich mal initial wird die Effektivität immer von dem aktuellen Datum bis unendlich gesetzt. Wenn ich dort revisioniere, einen neuen Stand habe, dann vergebe ich eine neue Effektivität auf dem neuen Stand und natürlich muss auf dem alten Stand die Effektivität angepasst werden, nämlich zum Startpunkt der neuen Effektivität, der neuen, das neue Revision oder vielleicht eine Austauschkomponente bei einer Verbauung. Das sind sogenannte Effektivität Cutbacks, das heißt, die auf dem alten, auf der alten Komponente oder Revision basierenden Effektivität wird zurückgeschnitten. Das ist genau das, was hier passiert und das hat man jetzt implementiert im Change Management von Teamcenter. Das heißt, es wird jetzt, machen wir nur ganz kurz, wenn ich eine Struktur öffne, entsprechend und ich dort Änderungen vornehme, genau, ich scrolle ein bisschen weiter vor, genau, und dann in der Änderung das Ganze durchziehe, wird jetzt released und wenn er jetzt hier eine Änderung vornimmt, diese Effektivität, wenn er jetzt, also wie gesagt, die Struktur ändert, dann habe ich dann die Möglichkeit, dann zu sagen, gehen wir ein Stück weiter, ob ich dann sage, hier sehe ich, das eine wurde ausgetauscht, das andere wurde ersetzt, entsprechend ist dann auch bei der Änderung die Effektivität, das sieht man jetzt hier schön, das ist die Effektivität von bis, das war alt, das war vom 1. April 22 bis unendlich, am 1. Mai wurde was geändert, das wurde ersetzt durch eine andere Komponente, das war hier, und die geht jetzt vom 1. Mai bis unendlich und automatisch wurde jetzt auch hier die Effektivität bis auf den 1. Mai, also genau eine Minute vor dem Startdatum der neuen Effektivität entsprechend abgeändert, das wie gesagt, passiert jetzt im Kontext des Änderungsmanagements gleich mit, dieser Effektivität Cutback gibt halt da die Möglichkeit, dass man dort wirklich die entsprechenden Dinge nicht zweimal pflegt, sondern nur einmal, indem ich die neue Komponente entsprechend freigebe, mit einer gewissen Effektivität wird die andere zurückgeschnitten innerhalb der Struktur. Gut. Gut, ansonsten gibt es noch ein paar Änderungen in dem Release, wenn es um Klassifikation geht. Wenn Sie früher, oder sage ich mal vor Release 14.1 ein Teil freigehen haben, war die Klassifikation auch mit gesperrt. Das ist etwas, was nicht immer praktikabel ist, weil durchaus Änderungen einer Klassifikation, Schreibfeder, sage ich mal, neue Einträge in List of Values und so weiter, Übersetzungen, die hinzufügen werden muss, dann quasi eine Revision der Komponente, sage ich mal, nötig war, um diese Änderung vorzunehmen. Das wurde dann oftmals umgangen, indem wir entweder eine besondere Rolle mit besonderen Rechten hatten oder dass das innerhalb eines Workflows passiert ist, wo ich über eine Workflow-ACL dieses Recht ausgehebelt habe. Mit der neuen Version habe ich die Möglichkeit, in einer JSON-Chamer-Datei festzulegen, dass ich diese gewisse Änderungen auch machen darf, wenn die Komponente selber freigehen ist. Das macht es deutlich einfacher, deutlich klarer und damit habe ich keine Workarounds mehr, um diesen Punkt zu umgehen. Das heißt, ich kann Klassifikationen auch anpassen, wenn das jeweilige Element dort freigehen will. Genau. Das war der Punkt Search und Analytics. Das ist etwas, das immer mehr jetzt kommt. Aufgrund der Oberfläche haben wir die Möglichkeit, bunte Berichte sehr einfach zur Verfügung zu stellen im Teamcenter. Das heißt, diese Active Reports und dort habe ich jetzt die Möglichkeit, Stücklistenstrukturen und dementsprechend dann auch die anhängigen Informationen mit hinzuzubringen. Das heißt, ich gehe her und sage, ich habe hier eine Report-Definition, die ich jetzt mal mache. Die ist auch im Active Workspace entsprechend zu definieren. Das ist ein Active Item und entsprechend kann ich jetzt sagen, also was wollen wir denn eigentlich haben. Wir möchten von einer Item-Revision ausgehen und wähle ich jetzt auch mal eine aus. Das ist jetzt mal ein Beispiel, Sample Source, genau, und jetzt gehe ich her, okay, er soll die Struktur expandieren und dann entsprechend von den Strukturen soll er jetzt sagen, in welche Richtung guckt er jetzt auf ein Business-Objekt und dann holt er sich einen anderen Report, genau, und auch die entsprechende Referenz dazu. Das Problem-Item will er abfragen und das fügt er jetzt hinzu. kann ich noch erweitern, noch beliebig viele machen und entsprechend sieht so die Struktur aus und das Ganze wird als Chart entsprechend angelegt. Ich kann mir das anschauen, das ist meine Voransicht und das Ganze abspeichern und mir dann entsprechend, wenn ich jetzt auf ein gewisses Teil gehe, spielt es mal keine Rolle, auf welches, versucht sich jetzt irgendwas und eröffnet sich diese Daten und hat hier natürlich die Möglichkeit den Report zu verwenden. Das Ganze finde ich unter Manage und dort dann General Report, da kann ich jetzt meinen Report, den wir gerade eben gewählt haben, diesen BOM-PR generieren und mir anschauen. Entsprechend kriege ich die angezeigt und kann auch sagen, dass er das bitte zu meinem Dashboard definieren soll und wenn ich jetzt in meine Reports gehe, gibt es da unten quasi hier den Eintrag meines BOM-PRs mit dem ausgewählten Produkt und ich dann jederzeit dynamisch auf diese Daten drauf schauen kann. Recht einfach, recht schnell, wie ich finde, recht bunt und damit auch managementauglich. Genau, schauen wir weiter. Search and Analytics Search, da gibt es eine kleine Änderung, dass ich jetzt auch innerhalb von ZIP-Dateien sage ich mal Informationen indexieren lassen kann und damit auch suchbar machen kann. Das ist eine ganz schöne Information, weil wenn ich dort zum Beispiel jetzt ein ZIP-File habe, wo ein PDF drin ist, dann kann ich das mit indexieren lassen und wenn ich dann meine Schnellsuche hier habe, dann springt er nicht nur auf die Attribute oder direkt angehängten Attachments und indexiert da, sondern er öffnet auch das ZIP-File um dann sage ich mal die dahin enthaltenen Daten zu indexieren und damit suchbar zu machen. Das muss man dazu sagen. Das Ganze funktioniert sage ich mal natürlich nur, wenn das ZIP-File auch ohne Passwort geöffnet werden kann. Und es funktionieren ZIP und 7Z-Format und die Admins können auch sagen, weil man zippt ja Daten, weil man sehr große Daten klein machen möchte, können die Administratoren auch sagen, dass die maximale Größe, die geöffnet werden soll, nicht das vor lauter Öffnen des ZIP-Files, es wird quasi extrahiert, es wird indexiert, das Ganze dann wieder weggeworfen. Das Ganze ist natürlich laufzeitrelevant, um da nicht die Prozesse störend zu machen, kann ich das einschränken, wie groß das Ganze sein soll. Gut, die CAD-Interfaces gab es ein paar Änderungen auch in dem einen oder anderen etwas Exode-System, SolidWorks ist ja durchaus ein etabliertes System, was auch gerne an Teamcenter angeschlossen wird und dort hat jetzt die Integration ein paar Neuerungen ergeben, das heißt natürlich können Sie jetzt auch die modernen Versionen von SolidWorks anfassen, die werden ja deutlich schneller revisioniert oder versionisiert und es gibt eine Unterstützung, dass wir das Intelligent Partnering auch verwenden können, das heißt, dass entsprechende Item-IDs über eine Kombination von Merkmalen, die Sie zu definieren haben, quasi abgeleitet wird, das heißt, dass ich so ein gewisses sprechende Nummernsystem hinterlegen kann, das geht jetzt auch mit SolidWorks Integration, das ging mit SolidEdge und NX schon deutlich vorher und dann haben wir eine Sache, wenn es darum geht, dass ich aus SolidWorks heraus die Visualisierungsfiles machen kann, werden jetzt endlich die Assembly Feature verwendet, die gerne verwendet werden, wenn zum Bohrungen in Backplanes und so weiter gemacht in der Visualisierung aus SolidWorks ein bisschen außen vor waren, weil ja für die Baugruppe selber kein JT-File erzeugt wird innerhalb von TeamCenter, sondern das passiert ja für die Darstellung der Transformation Rotationsmatrix aus den Einzelteilen, damit hat bisher in SolidWorks oder aus SolidWorks generierten Visualisierungsstrukturen diese Assembly Feature gefehlt, die sind jetzt auch zu verfügen, sind auch da, genauso wie diese Virtual Komponente für das elektrische und mechanische Routine, das wie gesagt ist in der SolidWorks Integration, ich gebe jetzt ein bisschen Gas, weil wir haben schon zwei Minuten die Zeit überzogen, ich bin immer fast am Ende, Live 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 Visualisierung im Active Workspace ganz wichtiger Punkt, diesen 3D Viewer im Active Workspace wird sehr schnell genommen, ein Punkt, der immer störend war, war ein Stück weit die Performance, wie immer, wenn man über Visualisierung redet und große Strukturen visualisieren möchte, ist Performance ein Punkt und hier hat man dann gearbeitet, das jetzt quasi an dieser Visualisierung sowohl für das Client-Site-Rendering als auch für das Server-Site-Rendering zu minimieren und das ist wie gesagt der Punkt. Eine Funktionalität ist dieses Just-In-Time-Option zum Laden von 3D-Daten für Server-Site-Rendering, das heißt, das steht bloß für das Server-Site-Rendering zur Verfügung. Der Punkt ist der, dass ähnlich wie Sie das vielleicht von Teams in der Visualisierung auch als in der Applikation kennen, sobald die erste Komponente geladen ist, können Sie drehen, können Sie Schnitte legen und so weiter und das System lädt im Hintergrund nach. Das hat man jetzt für das Server-Site-Rendering auch genommen, dass das möglich ist. Das heißt, minimales Laden von Strukturen und dann fange ich an zu drehen. Dadurch habe ich einen schnellen Einstieg in große Strukturen. Genau und das gibt es wie gesagt ab der aktuellen Version 14.1 von Teamcenter und Active Workspace 6.1. Das überspringen wir mal, weil wie gesagt, da sieht man los, dass man schnell laden kann. Dazu sind ein paar Voreinstellungen nötig, dass ich sagen kann, dass ich schon beim Laden loslegen kann. Das gleiche gibt es aber dann auch für eine Optimierung für Client-Site-Rendering. Das heißt, dass ich serverseitig keine Grid-Grafikkarten habe, sondern bloß den Da ist es so, dass jetzt durch Daten komprimierung und das besondere Ausprägen der Browser oder der Cache entsprechend optimiert wird und damit ich möglichst schnell auch große Strukturen laden kann. Dazu gibt es eine Übersicht, da spreche ich jetzt gerade mal drüber, was alles geht. Das ist hier die, wo man sieht, ich habe hier meinen Teamcenter Server, das ist die erste Optimierung als erstes mal ein Bomb-Window shared mit unterschiedlichen Sessions, sodass nicht jeder User die Struktur nochmal öffnen muss, bevor ich sie visualisieren kann. Das passiert ja alles auf dem Server, sondern wird jetzt geshared. Diese Strukturinformationen gehen an den Visualisierung Server, der einen eigenen Cache hat, für diesen Shape Cache, wo er quasi guckt, was sind alles schon an Komponenten da, die er sich nicht vom Teamcenter Server laden muss. Und wird durch Daten komprimiert die Daten zum Client gelangt, wo auch hier wieder ein entsprechender Cache zur Verfügung steht, dass die Kollegen möglichst schnell hier die Daten zur Verfügung haben zur Visualisierung. Das heißt, man hat die ganze Kette optimiert, man sieht das hier auch, was dort alles passiert und wer davon betroffen ist. Data Compression ist klar, Client, Side Rendering, Browser Caching und Smart Data Loading. Das heißt, dass sie erstmal die großen Komponenten geladen werden und die kleinen dann später nach. Das sind so Dinge, die man von der zu installierenden Applikation Teamcenter Visualization kennt, die man jetzt auch in die webbasierende Geschichte übernommen hat. Das Ganze ist noch nicht am Ende. Dann werden noch weitere Dinge gerade serverseitig passieren, damit die Geschwindigkeit dann noch weiter erhöht wird. Und das Ganze ist für das nächste Release, was jetzt wie gesagt kurz vor Weihnachten erwartet wird. Hier sieht man, was so grob dahinter steckt, was wirklich da verständlich ist. Wenn wir jetzt das Release von letztem Jahr anschauen, dann haben wir einen gewissen Status Quo und man ist deutlich runtergekommen jetzt mit dem aktuellen Version. Und wenn jetzt vor Weihnachten möchte man nochmal einen Performance Schritt machen, damit die Visualisierung noch performanter im Client ist. Weil wie gesagt, das ist eines der Highlights von Teamcenter, wo man große Vorteile hat, wenn man das einsetzt. Genau. Das war es, im Grunde das. Sechs Minuten überzogen, was ich Ihnen in 90 Minuten, was es neu in Teamcenter darbieten wollte. Sie haben gesehen, eine ganze Menge im Bombenmanagement passiert. Es sind einige kleinere Verbesserungen. Produktkonfigurator habe ich Ihnen gezeigt. Sie haben gesehen, dass es in der Visualisierung vorangeht. insgesamt wieder viele neue Dinge, die im Teamcenter zur Verfügung stehen. Wenn Sie bisher Bombenmanagement noch nicht im Teamcenter machen, ich finde, mit 14.1 haben Sie einen Release, wo wirklich alles zur Verfügung steht, was man sich träumen kann, wenn es um Strukturmanagement, Abgleich, CAD und E-Bomb kann, einen Blick wert, da rein zu gucken. Wenn Sie mit einer 14.1 Version mal rumspielen wollen, kommen Sie auf uns zu, wir können Ihnen kurzfristig das Ganze in unserer Cloud zur Verfügung stellen, wir machen das über Microsoft Azure, so dass Sie da kriegen Sie einen Zugang, wo Sie mal in so einer Umgebung rumspielen können, ohne dass Sie umfangreiche Installationen bei sich in der Umgebung machen können. Da ist unser Vertrieb auch ganz heiß drauf, Ihnen ein kleines Angebot zu machen, was das Ganze kostenmäßig dann auch bedeutet. Wie gesagt, wenn Sie das mal machen wollen, kommen Sie auch zu. Ansonsten Felix, bin ich .